Ja, das ist ja die Wurzeln müssen wir jetzt beim Geistern wieder abgeben, aber wie wir dann hier wieder, wenn wir dann hier wieder zum Geisterschiff kommen sollen. Hier ist es! Er ist nicht so ein Wurzeln, nachher alles! Komm schon, wir machen die Wurzeln von der Fermentierung. Warte hier, wir werden gleich wieder zurück. Oh, nicht so direkt auf den Geistern. Ich habe die Wurzeln. Okay. Okay. Okay, damit können wir einfach den Truck und den Schiff besiegen. Aha. Er ist wieder zurück. Oh. Oh. Was denn hier passiert? Was ist mit dem Schiff? Sie haben alle für die Wurzeln verlassen. Welche Wurzeln? Der Chuck hat den Gouverneur des Melee Island. Was? Tim. Aber, wie werden sie... Wo ist die Wurzeln? Es ist eine schöne Kirche auf Melee Island. Ich dachte mir, dass die Kirche nur eine Rolle spielen wird. Die Kirche. Die Kirche. Oh nein. Warum bist du noch hier? Mein Kopf fiel in die Lava da. Und ich musste nach sie schießen. Und wenn ich zurückgekommen, waren sie weg. Hm. Das ist ja fiel. Das ist ja fiel. Okay. Oh, das ist cool. Okay. Okay. Ihr wisst euch, diesen Schambling-Sehtru-Shade? Derjenige mit einem schlipperen Grip auf der Kopf? Du musst über diese Obsession mit den Kopf, Threepwood. Wir müssen zurück nach Melee Island gehen. Ich hatte es schon befürchtet. Teil 4. Das Finale. Das ist wirklich bevor es begann. Am Anfang. Ich denke. Um. Okay. Okay. Warte einen Moment. Warte einen Moment. Könnte ich dich in etwas Rootbeer interessieren, Herr? Rootbeer? Oh Gott. Ich liebe Rootbeer. Sehr schön. Stimmt. Wir haben jetzt eine Waffe. Sehr schön. Wir haben eine Waffe. So. Ähm. Nutzen. Und ein bisschen Geld haben wir noch. Sehr schön. Das ist großartig. Schau mal, LeChuck. Es gibt einen neuen Sheriff in der Stadt und sein Name. Hey. Ich hätte besser in die Kirche gehen können. Ja. Es merkt euch, Kinder. Wenn ihr einem Geist begegnet, braucht ihr nur ein bisschen Malzbier. Oha. Na dann stoppen wir das Wedding. Let's go. Ich habe einen Spruch zu erleben. If there be any man with reason that these two people should not be united in blissful matrimony, let him speak now or forever hold his peace. Oha. Stop the wedding. Hey. Wer ist das? Ich bin's. Du. Äh ... Äh, was? Aber wer... Äh, okay. Die Revival hat es notwendig für mich, um meine Hand zu früh zu spüren. Wie? Wer? Aber... Was? Ich äh... Äh... Wie? Wenn du hier bist, dann... Wer ist das in der Dress? Oh. Ein Dreiköpfiger Apfer. Nein, nur ein Dreiköpfiger Apfer. Zwei Apfen. Ein Zweiköpfiger Apfer. Sie haben meine Ghost-Zapping-Root-Bier-Bottle. Oh nein. Oh, ich bekomme es. Und dem das Malzbier. Ups. Oh, schön zu gehen, Guybrush. Jetzt muss ich sie runter holen, um meine Voodoo-Root-Bier zurück zu bekommen. Aber... Aber... Hey! Du wirst es nicht mehr erwarten. Möchst du kannst? Your Recht. Du wirst es nicht mehr erwarten. Du wirst es nicht mehr überwarten. Möchst du Drama. Ja? Ok, durch hier عليíssεις sich für Sie eine Stauberle. Ihr 말 ist eher wahr? tomorrow la du Lore aufzugefüren, das imports tal duorenrauchst kann? jetzlos�. Ich kann nicht glauben, dass deine Fragilität ist. Ja? Ich kann nicht glauben, dass deine Fragilität ist. Ich kann nicht glauben, dass deine enormität ist. Ah, ich fühle mich von dir. Ähm, sagen wir jetzt. Lass uns nicht sein. Oha. Nein, wir hatten noch eine Flasche. Warum haben wir die nicht benutzt? Na toll. Äh, Inventar öffnen. Wo man nicht zuttern ist. Au. Ist da wirklich Hutbeer da drinnen? Wie ist das Schiff? Wenn du interessiert bist, kann ich dir einen fairen Preis für ihn geben. Halleluja, Freundin. Du weißt, nur indem du an dich schaust, kann ich sagen, dass du ein Mann der Welt bist. Ein Mann mit einem Augenblick für Qualität. Ein Mann, der eine gute Bargain kennt, wenn er... Aha. Haha. Okay. Da sind wir. Mal jetzt wir. Wir gehen uns einfach. Wir nehmen. Und jetzt benutzen wir. Verdammt. Und jetzt benutzen wir. Verdammt. Inventar, Inventar. Wir benutzen. Wir benutzen, wir benutzen, 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 benutzen. Inventar, Inventar, Inventar. Wir benutzen. Inventar, Inventar, Inventar. Wir benutzen. Ja. Als ob. Happy End. Sofortige Wiederholung. Ja. Lüftansicht. Ja. Hübsch. 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 Ich werde diskretet. Hurra. Entschuldigung. Das ist okay. Du weißt, Lechuk war ein tief, Hübsch. 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 Sehr schön. Hier haben wir sie. Sie sehen. Früher. Und heute. Sehr schön. Sicher. Und es gibt mehr als Stan. Oh Gott. Ich hoffe, Stan ist okay. Das ist Stan. Du weißt, ich habe komplett vergessen, über Hermann Tuthra. Was mit ihm passiert. Jetzt wundere ich mich, wo mein Piraten Freund er hat. Ich versuche nicht, dass er nicht ohne mich verlassen hat. Tja. Mit der Arme. Ja, zumindest habe ich etwas gelernt von allem. Was ist das? Haha. Wir bezahlen nicht mehr als 50 Mal für einen Kubik-Dosch-Leb. Ja. Okay. Ja. Sehr schön. Secret of Monkey Island Special Edition. Ja. Sehr schön. Haben wir es durchgespielt. Haben wir das Secret of Monkey Island Special Edition durchgespielt. Ja. Sehr schön. Jetzt nochmal ein Redostieren. Äh nein. Sehr gut. Ähm. Ja. Ging doch heute ein bisschen schneller als gedacht. Ja. Ging doch heute ein bisschen schneller als gedacht. Schauen wir uns halt noch die Grants an. Das sind die, die daran schuld sind. wann auch immer noch ein bisschen mehr als ich wollte. Das war ein weiß. Das war doch ein großartiges, legendäres Spiel. Das war ein Stück Spiel-Geschichte. Das muss man ja mal gespielt haben. Kann man nichts gegen sagen, ein großartiges Spiel. Dann warten wir halt einfach die Credits ab. Ich sag schon mal, wenn ihr euch das Projekt gefallen habt, lasst ein Abo da mal neu sein auf YouTube, schaut auf Twitch vorbei, da wird auch bald, bald, nicht sofort, da wird bald Monkey 1 zu 2 gespielt werden, auch in der Remake Version, soweit ich weiß. Monkey 1 zu 3 haben wir schon gespielt, aber Monkey 1 zu 2 kommt es demnächst. Also, schaut doch auf Twitch vorbei, ansonsten darf ich ein Abo, Glocke, Kommentare schreiben, man sieht sich. Habt ihr noch einen tollen Tag, haut rein rein, tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, sehr schön. Ja, der Tipp, den bräuchte ich jetzt auch nicht mal einzublenden. Der kommt jetzt rechtlich spät. Wer wohl das nicht geschnallt hat? Das Ende war ja relativ gut ersichtlich. Das war ja klar, was man zu tun hatte. Das ist ja... Weil es kein so groß ist jetzt. Das ist ja... 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 Ich habe mich schon verabschiedet für YouTube, also, ja. Soll ich Euch noch ein Gedicht aufsagen oder was? Habt Ihr noch einen tollen Tag? Ihr wisst, was Ihr zu tun habt, habe ich Euch schon gesagt. Haut erinnern, macht's gut. Wir sehen uns bei Monkey Island 2 oder beim nächsten Projekt. Ah ok, danke für's Zuschauen, danke für's Machen dieses Spiels. Und den Klicklern, ja. Und Chocukes. Er ist auch ein großer. So, noch mehr Credits. Ich gehe mir dann mal einen Kaffee machen. Oder was? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Ja. Cheater. LucasArts Games Hint Line. Ja, ich bin in der Dinky Island Jungle in Monkey Island 2. So, was soll ich jetzt? Sir, sind Sie die Classic Monkey? Oder New and Improved Monkey? Um, Classic Monkey? Sir, da ist ein Button für das. Of course, da ist. Danke für die LucasArts Hint Line. Wir hoffen Ihr call war's. Wow. So, das ist was ein evil Zombie Pirate Hellbent und ich weiß, was meine Destruction ist. Wait, was? Change it back! 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 kurz ä Guess. Absolut. Herzel Eğer macht ihr euchipt? cracker 3 Mehr Informationen auf.